Hallo Philipp, hallo Kevin und hallo liebe Zuhörer. Genau, ja, am besten stellt sich unseren Hörern mal kurz zu, da sie dich ja noch nicht kennen. Vor? Nicht zustellen, vorstellen. Vorstellen, genau. Von daher, auch von mir, Daumen hoch, von dem Fall. Auch ein bisschen pervers, sag ich mal, oder? Ja, da hast du recht, stimmt. Erotik-Level ist vorhanden, ja. Ja, überlodet, sagen wir so, ja. Dieser kleine Schelm. Die Organisation war auch mit dabei, also alles, was auch so an Detective Conan erinnert hat, also hier ein perfekter Übergang eigentlich, ich würde dir schon vier von fünf Flugzeugen vergeben. Ja, wenn auch nicht die Organisation, oder? Nee, nicht die, sondern die andere. Die andere, ja. Die aus Kai-to-Kid. Die aus Kai-to-Kid? Ja. Was mir hier auch gerade mal auffällt in dem Kapitel, es stehen auch die japanischen Worte daneben, also zwischen so Schab und Hanf und so weiter, ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Also das ist ja bei Detective Conan sonst nicht der Fall. Also Conan ist ja eine der ganz wenigen Manga-Serien in Deutschland, bei der man die japanischen Schriftzeichen noch retuschiert, also wegmacht, wegpinselt am Computer und dann die deutschen Übersetzungen rüberlebt. Ja. Also bei uns steht, ah, da stand früher in japanisch, japanischen Schriftzeichen. Ah, auf japanisch. Genau. Und das ist aber sehr selten, erstens, heutens Frage, zweitens, ziemlich aufwendig und drittens, derzeit auch teuer. Aber Endeffekt auch zu langwierig, deswegen würde ich da auch nur drei von fünf Baseball Schlägern geben. Nein. Genau richtig war das, der Fall war super. Ja. Los Kirito, rette mich. Also ich gebe vier von fünf Baseball Schlägern. Und ein Großvater lebt sich hin vor einem Kirschblütenbaum, der 70 Jahre alt ist, genauso alt wie er, der gepflanzt wurde mit seiner Geburt und wünscht sich, noch einmal jung zu sein. Und tadaa, wird jung. Wahnsinn. Was Bäume alles können. Ja, nicht nur Sauerstoff spenden, nein, nein, nein. Wenn das die Greenpeace wüsste, ja. Also ich muss da mal einwerfen, also ich fand es sehr schön, dass sie nicht aufgegeben hat, geduldig war und es immer wieder probiert hat, also hier auch der Hintergrund sehr schön war und dass am Ende... Ach, Jens, achtest du mal auf den Hintergrund? Ja, jetzt, der Fall wäre auch besser als der andere.